Hä? Wo bin ich jetzt? Warum? Sie ist gesprungen und ich muss hier... Ach, Einbruch der Dunkelheit. Es ist jetzt einfach dunkel geworden, okay. Hey, uiuiuiuiui! Reagieren die irgendwie auf Licht oder so oder warum? Auf Vibration? Stachel! Ich habe eine neue Art der tödlichen Lehnform entdeckt, die meine Kameraden auf den Gewissen hat. Diese ist viel größer und greift überraschend an, wenn man ihnen in ihre Nähe kommt. Aber nachdem sie angegriffen hat, ist sie sofort wieder harmlos. Es ist nicht länger tödlich, die Kreatur zu berühren oder darauf zu stehen, als hätte sie ihre ganze Energie in den Angriff gesteckt. Vielleicht kann ich diese Eigenschaft zum einen Vorteil nutzen. So, dann kann man hier rauf laufen, meinst du? Alles klar. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie so ein Schädel von einem, keine Ahnung, von einem Tier. Ich sehe Licht. Licht am Horizont. Es ist meine Rettung. Okay, ich glaube, hier brauchen wir einen Stein oder so. Ah, guck mal da oben. Gucken wir mal, was wir da oben haben. Huiuiuiuiuiuiuiui. Und huiuiuiuiui. Patsch! Jetzt kriege ich das Ding auf den Kopf und bin tot. So, weiter geht's. Weiter geht's. Ich glaube, das haben wir auch gleich durch, oder? Oder noch lange nicht. Ich weiß das nicht. Wo bin ich? Hier, wo ich dachte, das wäre ein Tunkenkopf. Lauf ich denn jetzt in die richtige Richtung? Warte mal, was sagen die Spuren? Die Spuren sagen... Hier lang, ja. Ausgewichen. Mein Schwein ist wieder weg. Mein Schwein ist wieder weg. Mein Schwein, mein Schwein, mein Schwein. Mein Schwein ist... Oh, Mann, oh. Da war doch gar nichts. Dann gehen wir hier lang. Den grünen Weg, nicht den roten. Wir gehen einfach da, wo grün ist. Nicht, wo rot ist. Wo soll ich denn sein? Ich weiß nicht. In einem anderen Stream vielleicht. Bei einem Fuchs, hm? Muck. Ich muss mal gucken, von wo müssen wir jetzt hier aus hin? Ah, okay, alles klar. Dankeschön. Nee. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich frage mich auch, ob das überhaupt einfach irgendjemand spielt eigentlich. Die haben wir hier. Die haben wir wieder. Oh. Ein Boss? Kommt jetzt ein Boss? Ich habe meine Flasche weggekickt. Hat sie gesagt, dreh um? Oder was hat sie gesagt? Wir müssen auch hier lang, oder nicht? Ah, wir müssen hier lang, dürfen nur die Dinger nicht berühren, die schwarzen, aber ich habe da kein schwarzes Ding gesehen gehabt, naja. Hallo, fast von hinten erwischt. Vor allem, was genau greift sie uns da eigentlich an, die Flora? Mama, ich bin runtergefahren. Was nun? Man steht wieder auf wie ein Mann. Okay. Ne, da kommen wir so gar nicht rüber. Ah, warte mal. Hier hoch? Oder hier rüber? Tada! Geschafft! Also, normalerweise muss ich das Spiel hier durchziehen, weil dann habe ich wieder ein Video mehr auf meinem YouTube-Kanal. Ich meine, habe ich ja sowieso, aber dann habe ich auch eins, was auch durchgespielt ist. Das hier kommt ja ungeschnitten auf dem YouTube-Kanal. Also, wir spielen dann mit dem zweiten Tag, dann natürlich zwei Folgen. Dankeschön. 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 Ah, hellwach. Und ich habe erst ein einziges Mal gedampft und das war vor drei Stunden, wo ich den Stream gestartet habe. Lass mich doch mal dampfen hier. Fällt mir nämlich gerade so ein. Geht's denn? War das die Frau? Nee, ne? Das war der... Das war die Familie. Der Mann von der Frau. Oder ihr Bruder. Guck mal, hier auch wieder einer. Es ist eine Falle. Achso, die tarnen sich als Frau, um mich zu kriegen. Guck mal, hier auch.